Vom süßen Handwerk geht es nahtlos über zur bolligen Handarbeit. Hier offenbart sich eine bunte Vielfalt aus Filz. Abseits von Trubel und Hektik werden im Filzstudium Weithofen an der Ips gefilzte Träume erfüllt. Für mich ist mit der Wolle zu arbeiten einfach meine Passion. Also ich lebe und ich lebe die Wolle. Sie wird eins mit mir, wenn ich sie zu einem fertigen Objekt verarbeite. Es macht einfach Spaß. Werkplatzticket kaufen, Termin vereinbaren und hinein ins Filzvergnügen kann es auch für sie heißen. Im Filzstudio werden große und kleine Filzobjekte mit Hilfe verschiedenster Techniken zum Leben erweckt. Herstellen kann man grundsätzlich so gut wie alles. Das ist das, was mich an diesem Handwerk so fasziniert. Man kann jede Idee mit der Wolle umsetzen. Ob das jetzt eine Tasche ist, ein Gebrauchsgegenstand, ob das Bekleidung ist oder Schals in Kombination mit anderen Materialien, wie zum Beispiel Seide auch, wo man die Wolle verarbeiten kann. Oder ob es ein Wandbehang ist, ob es ein Wohndekor ist, die Gardine, ein Dekorelement, das Kuschelkissen. Also eine Vielfalt mit fast unendlich, eigentlich mit unzähligen Möglichkeiten. Filz ist nicht nur ein natürliches Produkt, das auf verschiedenste Art und Weise formbar ist, es hat auch noch besonders gute Eigenschaften. Er ist dehnbar, widerstandsfähig, feuchtigkeitsabweisend und schwer entflammbar.